Wir sehen uns. Hey! Pastrid! Sie sehen wahnsinnig aus. Was wollen Sie denn hier? Geht's Ihnen gut? Ja. Und Ihnen? Ja, mir geht's bestens. Ich muss hier alles am Laufen halten. Eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, wie Sie sich vorstellen können. Hey, Kleiner, heute noch wäre super. Super. Und auf jeden Fall zweimal filtern. Ja, Sir. Er kriegt ohne seinen Kaffee nichts auf die Reihe. Was würde der ohne mich machen? Ich weiß, was ich mit dir machen würde. Astrid! Ich hab zwar Tatwaffe und Motiv, aber keine Gelegenheit. Ich spendiere dir nachher einen Drink. Du willst mich auf einen Drink einladen? Auf mehrere. Alles, was du willst. Ich würde dich einfach gern wiedersehen. Das ist alles. Also, hier ist meine Nummer. Danke für Ihre Hilfe, Sir. Gute Nacht, Miss. Captain? Ich würde mich nicht abFFft. Ai,ıy,j cualquier, auf jeden Fall. Vielen Dank.